Obligatorisch die Brille aufgesetzt. Es ist noch relativ früh, noch nicht so viel los, aber wir werden sehen, was geht. Wir werden sehen, was abgeht. Hier Splash in the Motherfucking... Sublash. Wer bist du? Äh... Ja, das ist ne gute Frage. Ja, bist du geschockt? Frag dich sonst keiner. Was geht? Coole Brille auf jeden Fall. Du weißt, ich bin diese Brillen-Fan. Wer ist denn da dran? Lass dich mal hallo sagen. Warte, ist da auch ein bisschen ausgeschlagen. Ja, es ist... Schade, Alter! Ist abgebrochen. Schade, ich hätte gerne nach Öl gefragt, Alter. Ziemlich viel los. Schön, dass ihr einen Platz gefunden habt. Ja, zum Glück. Das war halt nur Glück. Dieses Schland, weißt du? Jetzt machen die alle diese... Ja, Sonntag geht klar. Sag mal, ne? Sonntag ist ja Deutschland direkt gegen Crow, ne? Also die spielen Crow spielt, Deutschland spielt. Deutschland. Wir gucken Deutschland. Aber ihr seid nicht Crow-Fans, deswegen. Ich schon, ich schon. Du bist Crow-Fan? Also du outest dich gerade. Wissen deine Eltern, dass du schwul bist? Ja, leider schon, aber das Schlimme war, ich wollte zu Crow Wing Dajuan. Wer ist denn Dajuan? Reinreden! Reinreden! Der Kumpel von Crow. Achso, ist er ja auch schwul? Hat er sich geoutet gerade? Ein bisschen schon. Ja, aber ein bisschen schwul ist nicht schlimm. Mann. Also wenn jemand schön ist, muss man auch abknutschen. Alles klar? Alles klar, Alter. Ihr seid die Kings. Auf wen freut ihr euch? Diese Darth Vader. Auf alle Ami-Acts. Viele Grüße an meine Mama und an meinen Bruder. Gucken die jetzt zu, oder was? Gucken die was los, oder was? Ey, krass, Alter. Labe, warte, 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 warte. Der ist mir auf jeden Fall gerade sympathisch geworden, was? Ja, die ganze Familie guckt immer was los. Ha! Ich bin diese Fame. Alles gut, alles gut. Grab the beer and fucking ride in the pussy. Fucking ride in the pussy, Alter. Alles gut bei euch? Ja. Seid ihr schon gut drauf, oder was? Ja, klar, Mann. Habt ihr schon diese... Ja, Mann. Hey, Ruke, mach mal diese Foto mit uns, Alter. Ja, klar, Mann. Seid ihr aus der Schweiz? Wie ist das? Südtirol, Alter. Südtirol? Aber dann seid ihr ja gar keine Deutschen. Jawohl. Korrekt. Korrekt. Ausländer hier am Start. Aber warum seid ihr nicht auf dem Frauenfeld, dann? Das ist doch ein Nährbau. Euer Frauenfeld ist das Line-Up nicht so stark. Ah, sauber. West Side Splash. Komm, mach ein Foto, dann müssen wir abdüsen. Ja, mach mal diese Foto. Ihr müsst euch beeilen, weil ich darf mit Ausländern nicht so viel rumhängen, weißt du? Seitdem ich den deutschen Pass habe, ist scheiße, Alter. Ich bin aber hier als Student. Schatudent? Yes. Danke, Freunde. Ey, viel Spaß noch, ne? Ihr wisst, Alter. Südtirol. Ey, nicht Fan werden von diesen Wildern. Freiwild, oder wie der heißt. Nicht diese Freiwild machen. Was geht, Schatzi? Was chillst du hier so? Einfach so. Du bist überdimensional am chillen. Genau. Ey, Na, guck mal, ihr hat ein Tattoo fast wie du. Sie hat auch so ein Tattoo. Fast genauso. Zeig doch mal deinen Tat. Guck mal, ihr sieht fast genauso aus. Was heißt das? Ihr seid zusammen. Ihr seid Seelengeschichte. Ja, aber das heißt doch was ganz anderes. Ja, das heißt bei ihr auch was ganz anderes. Also, ergo, ihr seid Familie. Du bist aus Schweden. Nein. Okay, wo kommst du her? Berlin. Ja. Mit Berlinern reden wir nicht. Ihr seid uns so hip. Was man auch an der Brille sieht. Guck mal, was die sich so ansmokt. Ihr, was ist denn da drin? Das ist voll geil. Was ist denn das? Das ist ein Shisha to go? Ja, so in der Art. Ohne? Ohne, das ist gut. Viel Spaß noch, ne? Ja. Ey, den hat man schon. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Achso, guck mal, der hält nicht mal. Du bist so ein Lappen. Ey, du bist so ein Lappen. Der hält nicht mal, Alter. Schade, sonst hätte ich das so gern genommen, Alter. Ich wollte das gerne nehmen. Aber geil, Alter. Scheiße, Alter. Überdimensional. Überdimensional, Alter. Alles gut? Fassen wir mal in die Haare. Mach mal. Mir geht's gut, Schi. Haaa. Mir geht's gut, Schi. Haaa. Und dir? Wie geht's dir? Er kommt jetzt noch ein Sechzehner. Nein, nein. Ein Sechzehner. Doch ich rappe Extremer. Und ich bin kein Ex-Bremer. Ich war immer schon Berliner. Und du fragst mich, warum? Weil ich das verdient hab. Und ich's bitte hier für HipHop.de. Denn ich bin der Big Boss im Game. Ja. Level. 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 Sag mal, halt normal ist Killer. Hey. Ich sag... Halt normal. Ich sag so, halt mal, mein Mann. Und ich sag, halt mal, mein Mann. Wenn ich seinen Kopf... Ich kann das leider nicht. Ich kann das nicht, ey. Level. Aber immer, wenn mir nix mehr einfällt, mach ich immer ne geile Hook. Level. 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 Ich sag, Level. Level. Du hast keine Flügel. Level. Level. Ey, viel Spaß, Dika. Ey, da sind die Mädels von Snipes. Was geht ab? Alles gut bei euch? Ja, ja, alles gut. Was macht ihr? Nur Flyer? Habt ihr was? Prozente und so? Ich will mir gleich Schuhe da kaufen. Und wenn ich euch schon mal hier habe, ich brauch Prozente. Wir haben keine Putzente. Mann, mies. Aber wir haben, mies. Aber was heißt, wir haben hier, guck mal, guck mal, ein großes Angebot an T-Shirts, an Hemden, an Caps. So ein Teil hab ich auch schon. So ein Teil hab ich schon. Ey, warte mal. Was soll ich machen? Warte mal. Das 5 Euro Snipes T-Shirt. 5 Euro nur? Na, aber ich hab so ein Teil schon. Ich will so ein Teil hier. So haben wir diese Mickey Mouse Hand. Habt ihr das jetzt hier? Ja. Ich komme gleich. Schatz, wie geht's? Ja, du bist hübsch und so. Du redest nicht mit mir normal. Du bist ein Star-Mädchen. Ich bin nur ein kleiner Rus. Ich bin ein kleiner Junge und so. Und, ähm, boah, du siehst so überdimensional sexuell aus mit deinem Adidas-Shirt. Ey, kann ich irgendwie die Telefonnummer klären? Du bist überdimensional hübsch. Ich meine, wie viel soll ich noch schleimen? Ich will diese Nummer. Okay, dann gib mir nicht deine Telefonnummer. Okay, kein Problem. Gib mir dein WhatsApp. Du weißt. Sorry? Was? Du weißt. Ich weiß das. Du weißt schon. Und jetzt? Hast du Geld für mich? Nee. Mach mal Kontoüberweisung, Dauerüberweisung. Mach nicht diese Haare, mach weg. Mach nicht diese Haare. Aber Hauptsache sein Bafel kommt zur Commerzbank. Mach diese Haare weg, Dicca. Die sind meine. Wie Spaß, Dicca. Hau rein. Freunde, ey, überdimensional, Alter. Einfach so Hippie-Kommunen-mäßig. Orient-Style Shisha-Bar. Ja, dieses Shisha macht richtig internationale Übernahme. Überall ist diese Shisha am Start. Lass mal gucken, ob coole Leute da sind. Ey, Alter, richtig so mit Perserzeppich und so. Richtig diese Shisha. Mies. Hallo? Mies Shisha. Mach mal alte Apfel-Doppelschlauch schon mal. Wir kommen gleich nach der Arbeit. Was hab ich dabei? Ich schick dir später Post. Was geht ab, Freunde? Ja, was geht bei dir ab, Freunde? Ey, hör mal, ne? Witzigerweise meine allererste Was-Los-Folge auf dem Splash war mit euch. Da bin ich hier mit euch rumgelaufen. Erinnerst du dich noch? Das war deine erste Was-Los-Folge? Ja, das war die erste, die wir so genannt haben. Sauber. Alter. Vorreiter. Ey, ich hab mir eure Amazon-Box angeguckt. Vorbestellt auch oder nur angeguckt? Ja, also Bruder, ganz ehrlich. Ich dachte, du gibst mir nur so eine. Ey, mach nicht diese, Alter. Aber es sieht sexy aus, Mann, Alter. Ey, ich hab mir eure Tour angeguckt, euren Tourplan. Ihr seid ja mies unterwegs. Ja, wir sind immer mies unterwegs. Du kommst mit, ne? Ich komm sowieso mit. Du kommst aber komplette Tour mit, Alter. Hast du nicht sogar ein Rekord was? Ja, ist ein Rekord. Ist die längste Deutschrap-Tour aller Zeiten. Und du kommst mit, Alter. Fast 40 Städte, oder was ist das? Kommst du jetzt mit? Ich komm auf jeden Fall ein, zwei Städte. Nein, komm komplett mit, Alter. Aber ey, ihr sagt nur so vor Kamera und dann nachher sagt, ey, wir machen nicht diese. Mach nicht diese Ruse. Ey, freut mich für euch, dass es läuft. Freut mich, dass ihr diese riesen Tour... Seid ihr jetzt auf dem Splash heute? Ja, klar. Und Sonntag auch. Ja, wir sind voll durch. Nein, nein, nein. Auftritt, Auftritt. Ich bin nur heute hier. Morgen, 23.30 Uhr. Du verpasst, was, Junge, du verpasst. So was Heftiges, Alter. Ich muss morgen früh nach Ibiza fliegen. Ja, scheiße. Was willst du auf Ibiza fliegen? Ehrlich, ey. Titten und so. Ist doch scheiße. Wann kommt dann raus, was du hier drehst? Ich weiß nicht. Vielleicht sogar heute. Ja, Bombe, ey. Komm doch auf jeden Fall zu uns. Outcast ist scheiße. Wir haben die gestern schon beim Frauenfeld gesehen. Die Live-Show von denen ist so schlecht. Jetzt im Ernst? Ich liebe Outcasts. Ey, da, fink dich, Alter. Ohne Scheiß. Seid kein Outcast-Fan, Alter. Aber ich liebe die eigentlich. Ja, ist aber zu spät, Alter. Caroline. Ja, ist egal. Mach keine Werbung für die jetzt. Nein, wir haben mega verkackte Live-Show. Mega wack, Alter. Würde ich mir niemals reinziehen. Richtig wack, Alter. Dagegen habt ihr ja eine überdimensionale Live-Show. Ich kenn euch. Ja, deswegen. Wir spielen halt zufällig parallel mit denen. Ey, im Ernst? Ich dachte, die sind totale Endgegner. Ne, sind die nicht? Aber dann spielt die ja auch. Ich laber doch nicht so, Alter. Nein, aber ich dachte, die sind als Letzter. Komplett Letzter. Ja, und wir auch. Wir sind aber anders. Aber dann seid ihr gegen Holland, äh... Ne, Argentinien-Brasilien. Genau, da sind wir auch. Den Scheiß will eh keiner sein. Den Scheiß will eh keiner sein. Holland-Brasilien. Ja, ja. Ich schwör, Belgien. Ey. Das Spiel war ja so dermaßen behindert, ne? War behindert, Alter. Mega. Hat Spaß gemacht. Ja, hör auf. Aber gut, ey. Freut mich, dass ihr euch gesehen habt. Ich mach noch einen kleinen Rundgang und dann werd ich den Scheiß wieder hochladen, eventuell. Ja, korrekt. Wir sehen uns auch. Also. Ja, kommst du mit, Alter. Oder sagst du hinter der Kamera, ey, Ru, es war nur diese Pro-U. Ausgas ist scheiße. Aber habt ihr auf dem Frauenfeld aufgetreten? Ja, haben wir auch gemacht. Und? Ja, war in Ordnung. Ja, die Schweizer haben ein bisschen Stock im Arsch. Aber da kriegen wir schon ruhig, also. Aber Megawetter, Alter. Megawetter. Amokwetter. Leider hier nicht so. Machen wir voll am Pissen, Alter. Alter. Knie in den Matsch, Alter. Knie in den Matsch. Echt? Ja. So am Regnen da, oder was? Mies am Regnen, jo. Aber hier soll... Aber es soll die ganze Zeit... Unwetter, Unwetter, sagen sie. Egal. Wir haben ein Boot dabei. Wir gehen jetzt in den See stechen. Egal. 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 Auf der Tour, ich komme vorbei. Ja, mach das, Alter. Freut mich, Alter. Bis dann. Abgehen. Outcast ist scheiße. Kommt zu oben. Geht nicht zur Outcast. Auf keinen Fall, Alter. Das sind die schlechtesten Rapper, die ich je gesehen habe, Alter. Aber ey, ich liebe die aber, ey. Scheiße. Show ist kacke. Ja, kacke. Ey, tschau, nehm ich wieder schließen. Das essen. Was geht? Geht zur Faust. So, aber alt. Was gibt's da zu essen? Schinken-Rucola. Ja, ja. Ey, mach mal einmal diese Schweinefüße, klar. Eis auch? Ja, boah, nicht schlecht, Alter. Boah, ich hätte jetzt gerne, aber du weißt diese. Du weißt. Boah, die ist aber, boah, das ist aber eine Soft-Eis, Alter. Die ist Soft-Eis, Alter. Sollen wir mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Wie geht's? Alles gut? Ja, bei euch? Welches Soft-Eis suchst du dir aus? Wir haben beide geraten. Wir haben uns gesagt, wer von uns das Richtige errät, ähm, darf deine Telefonnummer haben. Und er hat gesagt, du nimmst die, ich hab gesagt, du nimmst die. Was? Okay, jetzt war alles falsch. Hatte mir heute Morgen hier was gekauft, hatte kein Kleingeld dabei. Muss das jetzt bezahlen. Guck mal, die stellt nicht mal in Frage, dass wir die Nummer hätten kriegen können. Ja, Mann! Was geht ab, was geht ab? Lass mich mal kurz sitzen. Hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Nein! Darf ich jetzt auf deinen Schoß setzen? Nein, hau ab. Komm mal her. Ey, was geht ab? Hier was los, Spezial hier. Vom, äh, vom Outcast, Place2Be. Splash. Hier ein Mitglied vom Outcast. Yo, my man, how you doing, bro? Äh, well... Ja, sein 5. Klasse Englisch reichte sich für das Interview. Aber das macht nix. Warte! Ey, Free Hugs! Free Hug, Junge! Ich liebe diese Free Hug. Free Hug, Alter. Ja. Cool. Ja, was geht? Ey, cool, eigentlich sollte ich hier ein Interview führen, Alter. Wenn sich jetzt hier einer hingesellt, dann mach ich ein Interview mit ihm. Was geht? Ey, Mädels! Kommt mal her zum Interview! Kommt mal her! Ich liebe euch! Ey, Schatz! Lass mal, lass mal nen Schatz herholen. Lass mal irgend so nen Schatz herholen. Warte, Bruder. Ey, was ist das, hier ne Schulgruppe? Guck mal, mit Lehrer und so. Guck mal, mit Aufsichtspersonen und so. Ja, wir sind von 16 Bars. Bitte her. Ja, wir sind von 16 Bars, Dicker. Yo, was geht? 16 Bars? Alles gut, wir sind von Splash Bars. Jo. Bist du Rapper? Jo. Dann kommt dein Album raus. Mein Album ist schon draußen, Bruder. Fame, Alter, ich hab's mir gekauft. Nein, das ist nicht Fame, du hast sie auch nicht gekauft. Ah, ich hab gedownloadet, aber illegal, Bruder. Bruder, Biber, Biber, Biber. Okay, Bruder, jetzt brauchen wir nen Schatz. Ey, voll die Schulgruppe da. Hä? Ja klar, komm, setz dich. Was geht, Alter, alles cool? Haja, Mann, Alter. Haja, warte, du kommst doch aus Karlsruhe bestimmt. Ja, genau. Ah, diese Karlsruhe, Bruder. Lass mal ein Foto machen, mach mal ein paar Gang-Zeichen. Du musst immer Gang-Zeichen machen, sonst ist es uncool. Echt? Okay, Dicker. Ey, wir brauchen Mädchen, Alter, wir brauchen hübsche Mädchen. Habt ihr keine Mädels dabei? Nee, dieses Jahr nicht. Macht euch doch welche klar, Mann. Die sind alle betrunken, heute ist eure Chance. Ja, heute wird noch was gemacht. Ja. Okay. Wir sehen uns, Jörg. Wir sehen uns. Das war dein Zeichen, Dicker. Gang-Zeichen. Keine Mädels. Ey, Schatz! 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 Buddy, kommt. Perfekt. Komm mal her! Also, die hat jetzt Zeit zu herzulaufen, bis ich ne hübschere finde. Aber ich nehm die. Komm mal her, setz dich mal hin! Wie geht's, Schatzi? Komm auf mein Schub. Ey, Schlandmütze, Schland! Sag mal, als Mädel, ne? Achtet ihr viel auf Hygiene und so, wenn ihr auf dem Zeltplatz seid und so? Also, wir haben bis jetzt noch nicht geduscht. Aber was läuft so mit Jungs? Mit Jungs? Mach jetzt nicht so. Komm. Es ist nur die Kamera und wir. Was geht so? Oder seid ihr fest? Nein. Ihr seid also gefestigt im Charakter. Also, ihr nehmt euch nur die Hübschen. Richtig. Ey! So will ich haben. Wie heißt ihr? Daphne. Daphne? Ey, cooler Name! Und Sarafina! Ey, voll die... Also, Sarafina und Daphne, warum habt ihr so crazy Namen? Kommt ihr aus Tirol? Ey, ihr seid echt crazy, eure Eltern haben es echt drauf. Kreative Menschen. Ey, peace out! Ghetto out. Viel Spaß noch, ne? Ja, bitte. Ah ja, klar. Soll ich euch sagen? Secret Act? Ähm... Für Samstag ist das. Ey, darf ich den Secret Act sagen? Nein, darf ich nicht. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Ne? Er hat schon länger kein Album gemacht. Cool, Savasch. Bitte, bitte. Cool, Savasch hat doch schon ein Album mit Savasch gerade. Gerade. Ja, das war ein... Ja. Es ist Caspar, aber sagt es nicht. Es ist Caspar. Oh nein! Doch, Caspar... Auf wen hättet ihr euch denn gefreut? Cool, Savasch hätte ich geil gefunden. Richtig geil. Savasch ist doch noch nicht mit einem neuen Album am Start. Ja, ich... Ach... Ja, ich weiß, aber... Savasch ist der King. Ja. Savasch ist der King? Hä? Ja, sicher. Kollegah ist der King. Auf keinen Sinn. Hallo, wie geht's? Kommt mal her. Was geht ab? Äh, hi. Bier trinken. Warum bist du so, äh, gut drauf? Bier. Bier? Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Also, Krammer von irgendwelchen Mächtige an wichtigen Rappern. Wer ist das denn? Lass mich mal raten. Wie heißt der Typ Ryman Simon? Keine Ahnung. Ryman Simon? Und Fortune ist hier auf der Zitte. Fortune. Also, du bist jemand, der sein Holz auch gut einzusetzen weiß. Aber ich kenn die also nicht. KIZ. KIZ sind auch hier? Ja. Ne. Ich wusste gar nicht mehr, dass die noch rappen. Der wird sich niemals durchsetzen. Crow gibt's noch? Ich dachte, das war nur ne Gag-Sache von... Das war nur ne Gag. Nein, ich dachte, das ist von KIZ. Ja, das war ein Scherz. Als ich dachte, Crow ist KIZ mit Maske so aus Spaß, sind die Leute verarscht. Krass. Ey, geil, Leute. Danke für die Infos. Freunde, kommt vorbei, immer mehr Mädels auf jeden Fall. Und was läuft so zeltmäßig? Habt ihr schon süßen Jungen gesehen und angeknabbert während der schläft? Ja, und? Wir sind auf dem Splash. Sind die Freunde denn hier? Ja, die sind hier. Okay, das ist was anderes. Dann sucht euch noch einen anderen Zeltplatz und sagt, Schatz, kein Empfang. Auf welchen Rapper würdet ihr sagen, okay, wenn der kommt in mein Zelt, gehe ich fremd? Prinz Pi? Prinz Pi? Der hat vielleicht intelligente Texte, aber wo ist der sexy? Ah, okay. Der ist so asexuell der Typ. Raff ist gut aussehen, aber Prinz Pi ist so cooler Typ, so asexueller Mensch. Naja. So nicht so Sex. Raff? Ich kenn den, der ist gut trainiert. Ja. Voll gay. Nein Mädels, viel Spaß. Viel Spaß. Hier geht's mal drauf. Wastest du auch? Wastest du auch? Wastest du auch? Aber das Uppensier hat. Ich habe es nicht. Ich werde mich einfach so etwas zurück auf. Vielen Dank.